malzeit mallorca da bin ich mal wieder ganz kurzes video zum mittag es ist ja jedes mal was neues passiert in pager immer was neues hier war früher minas oder so ähnlich ist es hier drin da ist jetzt das salzburger stuben und hier kriegt der österreichische kleine karte aber ich habe heute tagesmenü das ist also ja ich würde auf deutsch sagen bratkartoffeln mit spiegelei und speck drinne super ina hat was typisch österreichisches sich ausgesucht und zwar hat sie sie hat käsespätzle genommen sieht lecker aus wir haben eine apfelsaftschorle zu und wenn ihr wissen wollt wo das ist ihr kennt das el galeon das ist da gegenüber und da ist das beverly playa auch einfach über die straße gehen und dann seid ihr schon da also auf der anderen seite ist es die hacienda die ist auf der anderen seite da da ist die hacienda und wenn ihr vom boulevard kommt müsst ihr da automatisch dran vorbei also wir sehen uns dann wieder im nächsten video und ich wünsche euch einen guten appetit wenn ihr am essen seid oder wenn es dann schon abendbrot ist auch das bis dann ciao bis zum nächsten video